jawohl fast gelaber hier kriegt ein zu viel über dem was sogar möglich sein kann dass wir erst die machen und dann erst weitergehen du kriegst auch ein zu viel bei dem ja definitiv krieg ich ein bei dem level zu viel normalerweise müssen wir das so schnell dass wir es auch schaffen kann ja gleich kann man normal aber ich bin nicht wie andere leute das ausschneiden noch sind wir nicht groß genug dafür dass wir das einfach machen können können alles das übertreibt immer wieder das problem ist wirklich nur dass wir einfach nur mit zwei level den sitzen und wenn wenn jetzt vielleicht erzählen jeder hätte oder sondern das gerade gesehen vor dem back drin gewesen dann direkt in den das ich drin bei mir stand so ganz normal dann direkt drin dann hängt das bei dir irgendwie nach wenn ich dann springen will dann wird das nix weil wenn ich dann gerade aus hoch springen bringt das auch nichts wenn ich zur seite drückt dann land ich auch unten ich krieg einen zu viel wieder eine bandana da habe ich sowieso automatische dinge ich krieg einen zu viel das geht schon mal jetzt weil ich beim erst mal wieder runter und da war mein bruder gerade mein zimmer und zu mir einkaufen ein zwei drei du schaffst das nicht du schaffst das nicht du schaffst das nicht und vorbei 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 das schade das gibt's nicht was ich gerade konzentriert habe einfach nur diese fässer durch durchzugehen online ich könnte dich nicht wirklich ablenken ich war so konzentriert ich war konzentriert da bei diesem wo du zwei schnell fässer hast und dann dieses einzelne kommt das andere das andere so machen wo die abwechselnd runtergehen und zuerst habe ich nicht gequatscht wo mein bruder drin war eben weil die wollten dass ich mit einkaufen können ja ich weiß was er gesagt wer hättest er nicht gesagt der hat dir nur gezeigt ach das hast du noch mitbekommen naja klar das hab ich klar ich hab jetzt ich hab dir zugehört sicherlich ich tu das auch mal ich höre dir immer zu centus auch tschüss frosch tschüss centus stirbst oder kommt sich rüber und mir wieder nicht rüber du traust dich nicht ich sehe es nein ich das klappt mit dem sprühen nicht komisch gage nova ja laden du dann ein leben noch weg ja bringt mir nix du startest ja komplett von neu er macht doch einfach so egal als wenn ich jetzt wenn ich das schaffe dann hast du ja die karte ja ich habe sicher sicher ok wenn ich immer das gleiche lebe normal man nervt ja du hängst da auch fest meine fresse nein zu früh da willst du davon mit weitermachen oder ja du laden und das ist auch so ein bisschen scheiße jetzt auch jetzt nicht den boss gemacht sondern level 1 das war nicht nach leben kriegst du also wenn man dem sicht hat naja und so viele sind das ja eh nicht bei mir ja schon richtig aber ich werde mich jetzt nach level 1 begeben dschungelfieber warte müsste sogar jetzt eine banane drin sein an die kommt erst die kommen erst am ende man bist so schlecht meine ich eigentlich mich daran zu erinnern dass wir da oben reingehen ja sicherlich ja herzlich willkommen zum donkey gong let's play wer ist jetzt bei dir reingekommen keiner ach so man die levels imnächst noch heller als jana sicherlich naja geht einfach sterben warte mal was war das hab lieber ich glaube weißt du selber nicht was das war ne ich hab ja noch meinen oh nein was machst du da alles hallo ja ist ja gut ich hole dich ja kokosnuss man kokosnuss erst mal schluss einsammeln look at my nasa und hallo das wird nicht alt man mann 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 und lebe ich liebe cheater ja weil sie bleibt jetzt hier irgendwo hängen ja so drei leben geben wir den frosch frosch kommt nach fisch nach fisch ich war jetzt geschafft daumen hoch daumen hoch ja man der abhört sich an centus fragte ich mal warum und er sich so ein hätte und du so aussiehst nein 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 du musst'n schauen ey dun 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 konnte sie nicht mehr zurückgehen ne warte 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 ich wollte eigentlich save egal hallo das geht eigentlich auch noch dieses level findest du na das geht eigentlich noch tschüss was hat das denn zendos mal ein move eingesetzt hier move your body den dafür ist du schwer voll das hab ich auch nicht gekriegt ja das kannst du sowieso nicht da brauchst du einen frosch für findest du justin bibas oder daneben springen ja hab ich gemerkt mann mann alles deine schuld flash ne doch stimmt nicht ja ich weiß nicht was du für ein problem hast krieg dich ha 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 ich hol mir noch mal paar leben mann ey boah hund weißt du der ist genau weißt du das macht der immer extra diese olle köter ja ja dann schneide ich noch ne schnippel ab bist du gemein du tierquäler ne weißt du jede aufnahme ne jede verschissene aufnahme ich hab glaube noch keine aufnahme gehabt wo ich das nicht hatte dass der am nerven war ach ah nein ich wollte hoch aha was hat nochmal leben okay ich werde jetzt paar leben in Bern jetzt kommt sie weiter ja ja auch wenn du nie leben hast kommst du nicht weiter Formula da kann ich recht haben sonst weise ja was soll das denn heißt nur arsch was jetzt machen war wieder frosch am besten und nach wie ich habe ich auch nicht nur das ja auch nicht ich sehe das ja bei mir jetzt bin ich da oben drauf warte mal eben bevor du startest ja f3